yo leute was gedacht mein name ist krieger 10.12 da kommt der erste sampler von spit in raus und ich empfehle ihn euch auf jeden fall es ist auf jeden fall ein krasses ding geworden und super interpreten dabei also superrapper sind dabei ich bin mit dabei sms auf jeden fall bin ich dabei dann der escapade wer noch acapella 10 an 7 9 einfach sehr viele gute rapper und ich empfehle euch lasst das ding runter 10.12 da ich bin raus